Mein Name ist Nina Gummich. Ich bin Schauspielerin. Ich bin Martin Brombach, Schauspieler. Mein Name ist Miriam Stein und ich bin Schauspielerin. Es sind bekannte Gesichter und weniger bekannte. 53 Schauspielerinnen und Schauspieler wollten mit Ironie Kritik an Corona-Maßnahmen äußern. Deshalb appelliere ich an unsere Regierung. Macht uns mehr Angst. Schließlich wissen nur ganz wenige Spezialisten, was wirklich gut für uns ist. Inzwischen sind viele Videos nicht mehr online. Vor der Kamera äußern wollte sich niemand der von uns Angefragten. Aber nach einem Proteststurm in den sozialen Medien haben Einzelne reagiert. Heike Makatsch hat ihren Beitrag zurückgezogen. Und Merit Becker äußert sich nachdenklich, sie habe anfangs gezweifelt. Die Kunstfreiheit oder das Infragestellen von Dingen hat mich dann doch überzeugt, mitzumachen. Und ja, here we go. Jetzt gibt's auf die Nase. Jan-Josef Liefers betont seine Distanz zu Querdenken und AfD. Doch gerade die loben die Aktion. Zumal der Initiator Bernd K. Wunder Medienberichten zufolge früher selbst Corona-Verhabenlust haben soll. Das bedauert er heute und betont. Weder leugnen wir Corona, noch stellen wir die Gefahr, die von der Krankheit ausgeht, in Abrede. Dennoch halten wir es für angemessen und erforderlich, den Umgang mit der Krankheit und die daraus abgeleiteten Maßnahmen wieder und wieder öffentlich zu diskutieren. Die Schauspielgewerkschaft aber kritisiert die Aktion. Das lenkt den Fokus weg. Wir haben wirkliche Probleme. Zwei Drittel bis drei Viertel aller Schauspielerinnen und Schauspieler leben von Gastverträgen an Theatern. Die haben seit Beginn der Pandemie kein Geld bekommen. Die angesprochene Politik dagegen reagiert gelassen. Der zuständige Bundesminister bietet einen Dialog an. Ich wäre eher besorgt, wenn es überhaupt keine Kritik gäbe. Weil es am Ende notwendig ist, dass das, was wir tun, dass wir das auch rechtfertigen, dass wir es erklären. Viele der an der Aktion Beteiligten haben bereits in Tatorten und anderen ARD-Produktionen mitgespielt. Es sei ihr gutes Recht, als Privatpersonen Kritik zu äußern, betont die ARD. Gerüchte, Produktionen würden deshalb eingefroren oder auch nur infrage gestellt, seien unwahr.